Und schon wieder zurück bei DSA Sternenschweif, in der wundervollen HD-Edition, in den nicht ganz so wundervollen Blutzinnen unterwegs. Ja, ich habe vor der Folge mir reichlich Zeit genommen, um mal diverse Dinge zu probieren. Um mal zu gucken, wo könnte es hingehen, was könnten wir machen, was könnten wir tun. Es gibt folgendes Problem. Hier oben waren wir ja schon unterwegs, also hier in der anderen Ebene. Übrigens werden irgendwie alle Treppen nur als zweite Ebene bezeichnet. So weiß ich nie, in welcher Ebene ich gerade wirklich bin. Hier oben in dieser Ebene hatten wir die große Halle, wir hatten die Ogre, wir hatten diverse Dinge, die hier zu finden. Ich mache mal gerade hier eine Speicherung, Sekunde. Wir hatten diverse Dinge, die hier zu finden waren. Unter anderem, also hier hatten wir ja schon rausgefunden, die Ogre stehen da und da hinten gibt es Geld. So, hier bin ich nicht reingegangen, beziehungsweise habe es einmal versucht und bin direkt wieder raus, obwohl da zwei Schatzkisten stehen. Da hinten steht einer und da steht einer. Das war aber nicht von Erfolg geprägt. Hier wartet auch nur ein relativ schwerer Kampf auf uns, den ich so nicht überstehen kann. Was ich zwischenzeitlich rausgefunden habe, ist folgendes. Es gibt hier... Oh, meine Lampe ist aus. Wo ist denn meine Lampe? Da ist meine Lampe. Achso, ja, das war noch vom vorigen Versuch. So, ähm, zack, zack, Lampe füllen, Lampe anzünden. Hier geht es runter und wenn man auf der Karte rauszoomt, sieht man, aha, da kommt so ein blaues Eckchen von der Treppe, kommt zustande. Genauso wie übrigens hier kommt ein blaues Eckchen von einer Treppe zustande. Wenn wir jetzt hier runterspringen, umgehen wir quasi den Kampf in diesem Raum, der mit den Fällen. Das wäre dann da oben. Wir kommen in die zweite Ebene, was auch immer. Wir kommen hier runter. Hier unten ist so gut wie nichts. Das einzige, was wir hier haben, ist eine Tür, zu der wir keinen Schlüssel haben. Aber wir kommen hier auch noch in die zweite Ebene. So, und in dieser zweiten Ebene gibt es folgendes, nämlich hier Fallgruben und hier eine Geheimtür. Valaria wirft einen Blick auf die Wand und meint dann plötzlich, das ist doch ein Schlüsselloch hier. Mit dem Finger deutet sie auf eine kleine Öffnung zwischen den Steinen. Leider haben wir keinen passenden Schlüssel. Naja gut, das kann schon mal passieren. Das ist nicht so schlimm. Hier geht es an Fallen vorbei. Ich mache das jetzt einfach gerade mal so. Und hier habe ich mir schon gedacht, hm, da leuchtet aber was. Das ist ja seltsam. Und wenn wir Androsch nach vorne setzen, wird er, glaube ich, relativ zügig erkennen können, dass hier eine Geheimtür ist. Da. Check Sinnesschärfe. Ja, weil er Tollwut hat, ist er gerade nicht so gut drauf. Endlich erkennt ihr meine überlegenden Fähigkeiten. Na endlich. Ludwig wirft einen Blick auf die Wand und meint dann plötzlich, das ist doch ein Schlüsselloch hier. Haben wir auch keinen passenden Schlüssel für. Jetzt hatte ich überlegt. Wir hatten ja, wir sind hier ganz woanders. Wir hatten ja hier, uns mal orientieren. Wir hatten ja hier im Gefängnistrakt, hatten wir ja eine Tür. Wenn ich nur wüsste, wo sie ist. Nee, nicht diese Tür. Diese Tür. Hier. Und da bekommen wir einen Schlüssel. Also habe ich mir gedacht, okay, dann gucken wir, nehmen wir mal diesen Schlüssel, auch wenn der Kampf ziemlich hart war. Und Leute gestorben sind. Und probiere die Schlüssel mal hier unten aus. Aber dieser Schlüssel führt uns hier nirgendwo weiter. Und das Problem ist, er schließt auch nicht diese Tür auf. Ähm, ja. Dann habe ich versucht, dann habe ich versucht, durch die große Halle zu schleichen. Ne, ihr wisst da, wo die Orks sind. Da, wo die Orks ihre Party feiern. Ich habe mir gedacht, okay, da kannst du bestimmt dran vorbeischleichen. Und kannst dann irgendwo hin, wo vielleicht unsere Sachen untergebracht sind. Das Problem ist, ich habe es wirklich mit allem versucht. Ich bin mit Rayada vor. Rayada hat keine Behinderung durch irgendwas. Die kann sehr gut schleichen. Ähm, ich habe sogar extra noch auf Rayada einen Visi Bilivani-Tar gezaubert. Mit Valaria. Dafür hatten wir ja noch genügend Punkte übrig. Das Problem ist, ich habe wirklich alle Wege in dieser großen Halle ausprobiert. Und ich habe keine Möglichkeit gefunden, an den Wachen vorbeizuschleichen. An einem gewissen Punkt kommen die Wachen regelmäßig aus ihren Löchern gekrochen. Und sagen, huch, da ist doch jemand. Egal wie leise Rayada ist. Und egal wie, wie Sibili-Vani-Tar sie ist. Es spielt keine Rolle. Das heißt, in der großen Halle bin ich auch nicht weitergekommen. Jetzt ist das Einzige, was mir noch in den Sinn kommt. Dieser Raum da hinten, das war ja eine Arena, wenn ich mich richtig entsinne. Das heißt, da warten auch nur Kämpfe auf uns. Das Einzige, was mir tatsächlich noch in den Sinn kommt, was wir noch ausprobieren könnten. Ohne eventuell sofort auf endlose Gegnerscharen zu treffen. Achso, ich sollte die Laterne wieder anzünden. Die kannst du auch wieder ruhig hier rüber geben. Ich will es noch nicht aufgeben. Ich will unseren Versuch, hier auszubrechen, noch nicht aufgeben. Das Einzige, was wir versuchen könnten, wäre hier. Dieser Weg, der von den Spinnen besiedelt ist. Ja, und ich würde sagen, wir nehmen uns diesen Weg vor. Androsch hat zwar immer noch Tollwut, aber in der Hoffnung, unsere Sachen doch noch irgendwo finden zu können. Wir müssen nur ganz genau gucken. Warte mal, die Kiste dahinten hat mal geöffnet, ne? Ja, genau, da war nichts Sinnvolles drin. Wir müssen nur ganz genau gucken, dass wir hier nicht in Kämpfe reinlaufen. Deswegen muss ich viel speichern. Denn die einzige Chance, Androsch noch zu retten, ist, zu unserer Kiste zu kommen und die Antikrankheits-Elixiere zu finden. Es gelingt Valaria und Rayala nicht, das Netz zu zerteilen. Ständig bleiben ihre Waffen an den Fäden kleben. Können wir das vielleicht mit nach... Also gut, ich habe nun das Sagen... Können wir das vielleicht auf die Art lösen? So, mit ihren mächtigen Hieben zerteilt ihr die klebrigen, nahezu fingerdicken Fäden des Übers, des Netzes. Was haben wir? Was haben wir? Spinnen. Ich versuche es mal. Ich weiß nicht, wie stark die Spinnen sind. Ja, die Spinnen haben Gift, wundervoll. Genau das, was ich noch brauche. Im Augenblick will ich gerade mal nur erkunden. Deswegen verbrauche ich jetzt gerade nicht viel Zeit mit tatsächlich taktischen Kämpfen. Noch mehr Spinnen. Schön. Weil wenn das wirklich der Weg sein sollte, dann müsste ich an dieser Stelle noch einmal neu laden. Ja, die haben richtig ordentliches Gift. Dann müsste ich an dieser Stelle noch einmal neu laden. Ihr kommt in eine große, natürliche Höhle. Hier und da könnt ihr im Dunkeln ein Glitzern erkennen. Der Geruch, der hier in der Luft liegt, beraubt euch eures Atems. Es ist der Geruch von Tod, Moder und Höhlen-Spinnen. Toll, ganz viele Netze. Wundervollst. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass wir uns hier unten... Was ist denn das? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir uns hier unten durch die Spinnen durchmetzeln müssen. Also neu laden im Sinne von quasi zurück zum Start. Aber dann haben wir die ganzen Waffen nicht mehr. Die Waffen, die wir mittlerweile schon gefunden haben. Inklusive der Rüstung. Ja, hier kommt alle zwei Sekunden ein Kampf gegen Spinnen. Das werde ich auch nicht aushalten. Das Einzige, was ich tatsächlich versuchen könnte, wäre, die Speicherung zu laden, bevor Androsch Tollwut bekam. Und mich dann irgendwo in ein sicheres Versteck zurückziehen und dort versuchen zu rasten. Du hast es so gewollt. Dann gesiegt, ausnahmsweise. Dann kann ich zumindest nochmal hier hingucken. Das sieht aber auch nicht besser aus hier. Von der Decke prasseln Steinbrocken auf euch hinab. Schön. Ja, okay. Alles klar. Ich glaube, das hat wenig Sinn. Gut. Gut. Es wäre mir mittlerweile sogar egal, wenn wir es schaffen würden, einfach erstmal rauszukommen. Dann würde ich nämlich zurück nach, nach Tollmar. Und würde erstmal die Gruppe wieder ausstatten. Mit Waffen, Kleidung, Rüstung. Und dann wieder kommen, um meine magischen Items zu besorgen. Das wäre mir durchaus recht. Hauptsache, wir kommen hier irgendwie raus. Pass auf, ich mache das folgendermaßen. Ich gehe nochmal gerade zurück. Beziehungsweise, ich lade nochmal den Spielstand, bevor Androsch krank geworden ist. Da muss ich jetzt ein bisschen suchen. Da haben wir mittlerweile ziemlich viele Spielstände. Da muss ich ein bisschen suchen. Und dann werden wir uns hier unten nochmal hinbegeben. In der Hoffnung, dass wir vielleicht hier rasten können. Einen ganz kleinen Augenblick. So. Ja. Androsch wird immer krank. Egal, wie oft ich es versuche. Schon, ich glaube, das ist nach dem ersten Kampf passiert mit den Orks. Als er ziemlich viel abbekommen hat. Das heißt, ich müsste so oder so nochmal komplett von vorne in den Blutzinnen beginnen. Was ich nicht tue. Was ich nicht tue. Wir hätten hier nicht theoretisch noch einen Weg. Ähm. Wow, cool. Von der Decke prasseln Steinbrocken herab. Gut, dass ich gerade gespeichert habe. Wie schön. Wie schön. Die Blutzinnen wollen uns einfach tot sehen. Sie wollen uns einfach tot sehen. Auf dem Boden könnt ihr einen Haufen Unrat erkennen, in dem sich offensichtlich etwas bewegt. Wollt ihr ihn näher untersuchen? Ja. Ihr schiebt den Müll ein wenig zur Seite und erkennt, dass es sich um fette, fingerlange, graue Maden handelt. In diesem Moment hört ihr ein Schaben hinter euch. Was ist denn nur los hier? Zwei Schröter. Ich will nur erkunden jetzt. Ich mache jetzt nichts Sinnvolles. Ich mache jetzt nichts Sinnvolles. Vor euch öffnet sich eine große, natürliche Höhle. Ein beißender Gestank dringt in eure Nasen. Na ja, gut. In einem großen Haufen Unrat wimmelt etwa ein Dutzend Finger lange graue Maden herum. Wollt ihr den Haufen dennoch durchsuchen? Na klar. Ihr stochert ein wenig in dem Haufen herum, könnt aber nichts von Interesse entdecken. Also auch kein Schlüssel. Na gut. Von der Decke prasseln Steinbrocken auf uns herab. Wunderschön. Oh. Huch. Was? 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 Gegen Wo, wo? Ja. Ja. Okay. Na gut, ich verstehe. Alles klar. Gut, ich glaube, das hat uns nicht weitergeholfen. Eine Sache ist mir noch in den Sinn gekommen. Eine Sache ist mir noch in den Sinn gekommen, die man noch probieren könnte. Nämlich folgendes. Was ich eben rausgefunden habe. Hier diese Netze, ja. Mach jetzt mal hier so. Ich schicke mal wieder Ludwig nach vorne und Brüder ebenso. Ab jetzt gehorcht jeder mir. Diese Netze, ja. Es kommt nicht immer zum Kampf mit Spinnen. Das heißt, wenn wir uns, das ist zwar ein bisschen fies, aber wenn wir uns durchladen und speichern. Ja, hier kommt das zum Kampf. Wenn wir die Kämpfe gegen die Spinnen umgehen könnten, dann hätten wir vielleicht eine Möglichkeit, hier unten durch dieses Gewirr durchzukommen. So, es ist dann zwar ein bisschen, es ist eher zugegeben, es ist ein bisschen exploiten, aber seien wir ehrlich. Aha, hier werden uns schon wieder Dinge entgegengeworfen bis zum geht nicht mehr und ich finde meine Sachen einfach nicht. Da darf ich auch mal ein bisschen fies sein. Und wenn wir noch ehrlicher sind, wenn eine Armee von Orks Wenn eine Armee von Orks die Gruppe entführt, ihnen alles wegnimmt und sie einsperrt über Tage hinweg und hungern lässt. Ich glaube, ich glaube, keine Gruppe hätte da eine Chance, da wirklich lebend rauszukommen, nur mit viel, 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 viel Glück. Mal gucken, ob hier überhaupt Ob hier überhaupt das Vermeiden des Kampfes möglich ist. Ach, guck mal. Der Kampf wurde vermieden. So, Spiel gespeichert. Ihr kommt in eine große, natürliche Höhle. Hier und da könnt ihr einen dunklen Glitzer erkennen. Okay, das haben wir eben schon gelesen. Wir müssen wissen, was das hier für ein rotes Leuchten ist. Aha, ha, 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 ha. Kein Kampf. Von der Decke prasseln Steinbrocken herunter. Wir tun alles, um euch irgendwie zu töten. Irgendwie kriegen wir euch schon klein. Mhm. Nein, nein, nein. Ich komme hier durch. Ich bin jetzt... Jetzt bin ich fuchsisch. Ja, natürlich. Nee, nee, nee. Ich will nicht gegen Spinnen kämpfen. Bin ich ehrlich. Die haben nämlich böses Gift und da möchte ich mich nicht mit anlegen. Nein. Nein, nein, nein. Aber durchkommen möchte ich halt schon. Aha. So. Wo sind wir denn jetzt? Sind wir wieder in der... Oh Gott. Sind wir wieder in der Schmiede? Sieht nicht gesund aus. Sollte da nicht reinfallen, oder? Ach ja. Mehr Spinnennetze. Ich will doch nur einen Ausweg finden. Aber es müsste doch... Gab es nicht eine Höhle, wo man rauskam? Also quasi eine Ausweghöhle. Äh. Ich meine, selbst wenn Androsch dann auf dem Weg zurück quasi sterben würde, könnte man ihn immer noch durch ein Wunder wieder zum Leben erwecken. Wo bin ich noch gleich reingekommen? Da hinten bin ich reingekommen. Das Tier würde es theoretisch weitergehen. Ja. Nein, möchte ich nicht. Dankeschön. Hört sich die gerne auf Kämpfe, auch wenn Brüder mittlerweile wenigstens ein schickes Kettenhemd und einen Plattenhelm anhat. Aber die Spinnen. Ich meine, ja, wenn wir die Kämpfe manuell führen würden, wäre das wieder was anderes. Nichtsdestotrotz würden wir mit jedem weiteren Kampf hier in diesen Spinnennetzen unweigerlich weitere Lebenspunkte verlieren. Und Lebenspunkte verlieren bedeutet langfristig Tod. Den möchte ich dann doch auch nicht. Jetzt haben wir aber auch Pech. Wenn das Laden nur nicht so lange dauern würde. Ah, na endlich. So. Ich glaube, dieser Kampf, der ist aufgrund der Bodenplatte, auf die wir uns bewegt haben. Oh ja, oh ja. Sehr viele Spinnen, schön. Ich glaube, hier sollten wir nicht weitergehen. Wir haben das Spinnennest gefunden, wenn ich mich jetzt nicht ganz täuche. Aber die Eier da hinten sagen das. Lassen wir das. Lassen wir das. Versuchen wir es lieber hier. Aha. Sehr gut. Was ist... Oh nein. Sackgasse. Sag mir bitte nicht, dass ich... den Ausgang nur über... Na gut, wir haben noch ein paar Möglichkeiten vor uns, die wir probieren könnten. Ich glaube, hier ist aber auch eine Sackgasse, wo wir nicht weiterkommen. Müssen wir wirklich durch das Spinnennest durch? Ich will offen sein. Ich bin kurz davor, in eine Lösung reinzuschauen. So kurz davor. Das ist, ähm... Ja, die Blutzinnen sind eine Herausforderung. Das ist das Schöne daran, aber das ist gleichzeitig natürlich auch das Schwierige daran. Das ist einfacher, wenn man... Ja... Wenn man so vor sich hin zockt. Ohne es aufzunehmen. Ich habe halt immer die Bedenken, dass ich dann hier stehe... Und euch 30 Minuten zeige, wie ich gegen Spinnennetze laufe und wieder lade. Wenn man so einfach so vor sich hin spielt und tonnenweise mal laden kann... Und es eigentlich nicht interessiert, ob das gerade interessant ist oder nicht... Und alles dutzend Male ausprobieren kann... Dann ist das gar nicht so schlimm. Das ist dann halt nur schwierig für ein Let's Play. Warum steht Konrad... Warum steht, ähm... Ludewig eigentlich immer nackt hier rum, wenn wir in den Kampf reinkommen? Na, endlich. Keine geheimen Wände. Das war irgendwie klar. Na gut, keine geheimen Wände. Wo kämen wir denn... Wo kämen wir denn hin, wenn wir hier runter springen? Auf jeden Fall kämen wir nicht mehr zurück. Das ist schon mal... Das ist schon mal klar. Ja, ist der einzige Weg, beziehungsweise zwei Wege, die uns noch offen bleiben. Und da hinten sehe ich was leuchten. Das ist normalerweise... Eine gute Sache. Geh nicht ins Licht. Was ist das? Da liegt jemand. Und wahrscheinlich schon ein bisschen länger. Denn der Mann ist schon skelettiert oder die Dame. Ihr untersucht das Skelett genauer, doch es scheint nichts von Interesse zu geben, bis ihr hinter dem Netz im Wuseln zahlreicher Höhlenspinnen etwas blitzen seht. Wollt ihr nachsehen, was da ist? Ja. Endlich erkennt ihr meine überlegenen Fähigkeiten. Ihr schafft es nicht alle, eure Blicke von den skelettierten Überresten dieses Opfers der Riesenspinnen zu nehmen und eure Füße fühlen sich wie Blei an. Leider schaffen es nicht alle, ihre Totenangst zu überwinden und müssen entsprechend von diesem Unterfangen ablassen. Was? Ihr trennt die klebrigen Fäden und in einer Nische hinter dem Leichnam könnt ihr ein Florett mit reich verziertem Griff finden, das dem Unglücklichen aber offensichtlich wenig genutzt hat. Mit dem Netz ist nun aber auch die einzige Barriere zwischen euch und den Spinnen verschwunden. Jupp. Alles klar. Ein schönes Florett. Ganz nett. Brauchen wir aber gerade tatsächlich nicht. Brauchen einen Ausgang. Wie schön. Hier gab es auch keine geheimen Wände. Alles klar. Hier ist nur der Abenteurer mit seinem Florett. Und noch mehr Spinnen und hier geht es hinauf. Nun gut. Ja, das war zu erwarten. Und wieder ein nackter Ludewig. Das ist am besten ein bisschen Fanservice für Ludewig. Ich weiß nicht warum, aber das sieht hier irgendwie nicht besser aus. Da sind Netze, da sind Netze. Ja, das war zu erwarten. Das wird jetzt hier ein bisschen dauern, bis wir durch dieses Netz durch sind. Ich verliere aber langsam die Hoffnung, dass wir hier unten durch diese Spinnenhöhle irgendwie rauskommen. Und dann verliere ich langsam die Hoffnung, dass es überhaupt einen Weg hier raus gibt. Aber es muss einen Weg hier raus geben. Also es muss einen Weg geben, wie man die Blutzähnen überstehen kann, selbst wenn man gefangen genommen wird. Das muss möglich sein. Mhm. Mr. Nackt hält wieder seinen Popo in die Kamera. Ja, es muss möglich sein. Es wird einen Weg geben. Ach nee, jetzt bin ich wieder hier. Toll. Das hat uns ja überhaupt nicht weitergeholfen. So, wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich, äh, ich suche mir jetzt mal ein bisschen Hilfe. Ich würde gerne in dieser Folge noch ein Stückchen weiter irgendwie kommen. Ich suche mir jetzt mal ein bisschen Hilfe. Ich bin in zwei Sekunden wieder da. Einen ganz kleinen Augenblick. So, da bin ich wieder. Ich habe mir ein bisschen Hilfe geholt. Offensichtlich ist der Weg in diese Spinnenhöhle. Und der Kampf gegen diese Spinnen die einzige Chance, die wir haben. Die einzige sinnvolle Chance, die wir haben. Um irgendwie, um irgendwie aus dieser Festung rauszukommen. Beziehungsweise um an unsere Sachen ranzukommen. Denn, also ich meine, ihr seht da unten, der Kampf gegen die Spinnen war höllisch. Und lang. Und ich habe es mehrfach versucht durch, ähm, mit automatischem Kampf keine Chance. Überhaupt nicht. Und selbst jetzt habe ich es nur mit Mühe und Not geschafft. Mit diversen toten Charakteren. Ihr steht vor einem Nest aus Abfall, in dem Dutzende von kleinen Spinnen herumkrabbeln. Wollt ihr dieses Nest zerstören? Ja. Ihr benötigt geraume Zeit, aber schließlich habt ihr alle Spinnen zertrampelt. Und das Nest bis zur Unkenntlichkeit zerwühlt. Ob dies allerdings die beste Idee war, dessen seid ihr euch nicht mehr so sicher. Denn schon hört ihr ein seltsam pfeifendes Geräusch hinter euch. Hinter euch? Und fahrt herum. Die Königin! Entfährt es einem von euch. Mit mächtigen Schritten nähert sich euch die Höhlenspinnenkönigin. Und starrt euch eine Sekunde reglos durch ihre zahllosen Augen an. Bei Rondra! Entfährt es Brüder. Das Teil ist ja riesig! Und tatsächlich ist diese Spinne etwa vier Schritt hoch. Und füllt den gesamten Gang aus. So dass an eine Flucht nicht zu denken ist. Ja. Und hier müssten wir... Hier müssten wir jetzt mal diese Spinnenkönigin... Ja. Die tötet sofort. Die tötet einfach sofort. Die tötet sofort. Hier brauchen wir... Und das habe ich jetzt auch wieder rausgefunden. Hier brauchen wir die Filiolen, die wir oben gefunden haben. Die drei Stück. Die sind die einzigen, die helfen gegen diese Spinne. Ich erinnere mich langsam wieder an die Dinge, die sich in den Blutzinnen zugetragen haben. Das heißt, es dürfen nur drei Helden in den Kampf. Drei Helden, die diese Fiole haben. Wir haben die Fiole zum Glück mit dabei. Ich könnte es versuchen. Nichtsdestotrotz glaube ich mittlerweile, dass wir... Also dass ich nochmal ganz von vorne die Blutzinnen spielen muss. Um ganz gezielt nur hier runter zu gehen. Die Kämpfe mit den Spinnen zu vermeiden. Irgendwie muss ich aber auch an Waffen rankommen. Das heißt, ich muss die ein oder andere Ork-Patrouille umbringen. Ich muss verhindern, dass Androsch mit... ...Hollwut infiziert wird. Ja, ähm... Ja. Eine Sache will ich gerade noch kurz probieren. Einen kleinen Augenblick, ich bin gleich wieder da. So, ich habe jetzt mal nur drei Helden mitgenommen. Mit einer Grimasse wirkt Brüder die übel riechende Flüssigkeit hinunter. Und schon bald bemerkt Brüder ein wohliges Kribbeln im Bauch. Aha. Naja, gut. Androsch ist außer Gefecht gesetzt. Verdammt. Ja, das heißt, bei ihm brauchen wir es gar nicht zu versuchen. Dann kann ich mir ja doch jemand anderes in die Gruppe holen. Ähm... Nehmen wir Myria mit. Ach halt. Dann sollte ich auch Myria... ...das Getränk geben. Ich meine Myria ist nur mit dem Dolch ausgestattet. Aber ich glaube auch nicht, dass wir... ...dass wir hier so weitermachen können. Ja, da kommt die Spinnenkönigin. Jetzt haben wir alle unser Gegengift getrunken. Dennoch... Und schon wieder eine Narbe. Star vor Angst. Ach, wie schön. Star vor Angst kommt er noch mit dazu. Ich habe nun das Sagen. Keine Chance. Keine Chance gegen diese Spinnenkönigin. Innerhalb weniger Sekunden hat sie jeden von euch vergiftet und niedergestreckt. Das Letzte, was ihr seht, ist, wie sich ein großer, achtbeiniger Schatten über euch niedersenkt. Gut. Das heißt... Die Blutzinnen nochmal komplett von vorne mit der Festnahme, mit dem konkreten Ziel, in diese Richtung zu gehen. Oder doch noch irgendwie einen Weg finden, aus den Blutzinnen zu entkommen. Sprich, zurück nach Tjolmar zu gehen. Und dort auszurüsten und dann wiederzukommen. Und im Zweifel Androsch wiederbeleben, weil wir haben ja nichts dabei, um ihn irgendwie zu beleben. Das ist ja leider unmöglich dann in dem Fall. Puh, okay. Ich werde darüber nachdenken, was wir tun werden bis zur nächsten Folge. Also bis morgen. Ich weiß es noch nicht. Eine Option wäre tatsächlich auch einfach zu laden vor der Gefangennahme. Und den manuellen Weg in die Blutzinnen reinzusuchen. Die Gefangennahme ist für gewöhnlicher etwas, das man tatsächlich tunlichst vermeiden sollte. Ähm, das ist ja auch in der ursprünglichen Retro-Version so, dass wenn man gefangen genommen wird, eigentlich die erste Reaktion ist, ne Moment, da lade ich lieber nochmal den Spielstand. Ich wollte es jetzt aber versuchen. Langsam sehe ich aber die Chancen schwinden, dass das irgendwie von Erfolg gekrönt sein könnte. Ich überlege mir bis morgen, was wir machen. Ich suche vielleicht nochmal Auswege. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich bedanke mich für die Geduld, die ihr mit mir habt. Bei den Versuchen, die wir hier unten durchführen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal, bis gleich. Tschüss.